Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, das elfte Zeichen der Sternzeichen, wird oft mit Innovation, Humanität und einer freigeistigen Einstellung zum Leben in Verbindung gebracht. Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren sind, sind für ihre ausgelassene und großzügige Haltung bekannt, aber sie können manchmal auch protzig oder arrogant wirken. Selbst wenn ihre Absichten wirklich gut sind. In diesem erweiterten Text erforschen wir die einzigartigen Eigenschaften von Wassermännern und wie sie mit den kosmischen Einflüssen in ihrem Leben umgehen können. Dein enthusiastisches und großzügiges Auftreten ist inspirierend und kommt bei deinem Umfeld gut an, Wassermann. Die Menschen schätzen deine Fähigkeit, jede Situation mit Positivität und Freude zu erfüllen. Allerdings musst du dir darüber im Klaren sein, dass dein Verhalten von einigen als protzig oder arrogant empfunden werden könnte. Auch wenn deine Absichten in dem Wunsch wurzeln, Liebe zu teilen und unvergessliche Momente zu schaffen, ist es wichtig, die Gefühle und Sichtweisen anderer zu beachten. Gespräche unter vier Augen können dir helfen, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie andere deine Handlungen wahrnehmen. Du wirst einen Energieschub erleben, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Monaten. Diese neu gewonnene Vitalität wird eine wichtige Rolle dabei spielen, wie du deine Ziele angehst und erreichst. Als Wassermann neigst du vielleicht dazu, dich dynamischer Energie zu widersetzen, weil sie oft Veränderungen erfordert, und Flexibilität ist nicht immer deine Stärke. Hier ein wertvoller Tipp für deinen zukünftigen Erfolg. Wenn du viel Wasser trinkst, kannst du deine Flexibilität sowohl körperlich als auch geistig verbessern. Es kann sein, dass du an bestimmten Konzepten, Jobs oder Praktiken festhältst, weil jemand anderes sie schätzt oder an sie glaubt. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass das, was für andere gut funktioniert, nicht unbedingt auch für dich geeignet ist. Lass dich bei deinen Entscheidungen nicht von äußeren Einflüssen leiten. Nimm deine Individualität an und vertraue auf deinen Instinkt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die mit deinen persönlichen Werten und Zielen übereinstimmen. Du wirst feststellen, dass du dich anderen gegenüber emotional öffnest, Wassermann. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um eine virtuelle Party zu veranstalten oder eine kleine Gruppe von Freunden zu einem Treffen einzuladen, wenn es die Umstände erlauben. Es ist auch ein günstiger Zeitpunkt, um Gespräche mit neuen Menschen zu beginnen. Die Liebe gedeiht in frischen und unkonventionellen Umgebungen und wird daher eher bei Menschen gedeihen, die sich selbst nicht verleugnen. In der kosmischen Welt stehen die Sterne günstig, um deinem Leben eine aufregende Wendung zu geben. Ein bedeutendes Ereignis steht bevor, ein himmlisches Geschenk, das einen bleibenden Einfluss auf deinen Weg haben wird. Sei aufmerksam für die Zeichen und Gelegenheiten, die sich dir in den kommenden Tagen bieten. Dies ist dein Moment, um zu glänzen und die bezaubernden Geheimnisse des Universums zu umarmen. Vertraue auf deinen Instinkt und sei offen für das Unerwartete, denn dieses kosmische Ereignis verspricht neue Horizonte und aufregende Abenteuer für die nahe Zukunft. Bereite dich darauf vor, in die Herrlichkeit dieses himmlischen Tanzes einzutauchen, denn er verspricht persönliche Transformation und Wachstum. Dein Schicksal winkt und die Sterne stehen günstig, um deine Reise zu unterstützen. Merkur und Mars, zwei einflussreiche Planeten, verbinden sich im Skorpion und schaffen eine Umgebung, in der schlagfertige Köpfe die Hauptrolle spielen. Heute könntest du dich in einem geistigen Wettstreit mit einer anderen Person wiederfinden. Scham und Intelligenz sind deine stärksten Waffen in dieser Begegnung. Der Wettbewerbsgeist könnte Menschen dazu bringen, von ihrem üblichen Verhalten abzuweichen, was zu Egoismus oder Unhöflichkeit führen könnte, wenn sie unerbittlich ihre Ziele verfolgen. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, ist es wichtig, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein und deinen scharfen Verstand und dein schnelles Denken zu deinem Vorteil zu nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wassermänner und Frauen für ihre enthusiastische und großzügige Art bekannt sind. Obwohl sie Liebe und Positivität verbreiten wollen, werden sie manchmal als protzig oder arrogant missverstanden. Wenn sie sich auf persönliche Gespräche einlassen und sich auf die Sichtweise anderer einstellen, kann das ihre Beziehungen verbessern. Der Energiezufluss in den kommenden Monaten bietet eine einmalige Gelegenheit, ihre Herangehensweise an die Erreichung ihrer Ziele zu gestalten. Da Flexibilität nicht immer ihre Stärke ist, können sie diesen Aspekt verbessern, indem sie hydratisiert bleiben. Wassermänner und Frauen werden ermutigt, Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Werten und ihrer Individualität übereinstimmen, anstatt sich von äußeren Einflüssen leiten zu lassen. Sich emotional zu öffnen und mit neuen Menschen in Kontakt zu treten, kann zu aufregenden romantischen Möglichkeiten führen. Wassermänner und Frauen sollten ihren Instinkten vertrauen und offen für das Unerwartete sein. In einem Kampf der Geister sind ihre Intelligenz und ihr Charme ihre größten Trümpfe. Wassermann, dein Schicksal wartet auf dich, und die Sterne stehen günstig für dich. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die neun der Münzen steht für Überfluss, Selbstgenügsamkeit und den Genuss der Früchte deiner Arbeit. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute an einem Ort der finanziellen Sicherheit und des wohlverdienten Komforts befindest. Sie steht für eine Zeit, in der du die materiellen und emotionalen Belohnungen deiner harten Arbeit und deines Engagements genießen kannst. Die neun der Münzen ermutigt dich, dir einen Moment Zeit zu nehmen, um deine Errungenschaften und die Fülle in deinem Leben zu würdigen. Sie erinnert dich daran, die feinen Dinge zu genießen und dich an den einfachen Freuden zu erfreuen, die dich umgeben. Neben der neun der Münzen liegt der gehängte Mann. Diese Karte steht für Hingabe, Loslassen und eine neue Perspektive. Sie steht für eine Zeit, in der du die Kontrolle abgibst und dir erlaubst, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Der Gehängte lädt dich ein, die Energie der Hingabe anzunehmen und jeglichen Widerstand oder die Anhaftung an Ergebnisse loszulassen. Er erinnert dich daran, dass du manchmal ein tieferes Verständnis und mehr Klarheit über deinen Weg erlangst, wenn du loslähst. Schließlich haben wir noch die Mäßigung. Diese Karte steht für Gleichgewicht, Harmonie und die Suche nach dem Mittelweg. Sie steht für eine Zeit, in der sich gegensätzliche Kräfte vermischen und du ein Gleichgewicht in deinem Leben findest. Die Mäßigung lädt dich ein, in dir selbst und in deinen Beziehungen ein Gleichgewicht zu finden. Sie erinnert dich daran, dass Mäßigung und Geduld zu einem harmonischen und erfüllten Leben führen können. Die neun der Münzen, der Gehängte und die Mäßigung bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Die neun der Münzen betont den Reichtum und den Genuss der Früchte deiner Bemühungen, während der Gehängte man die Notwendigkeit betont, sich zu ergeben und eine neue Perspektive zu gewinnen. Die Mäßigkeit unterstreicht, wie wichtig es ist, Gleichgewicht und Harmonie zu finden. Nimm dir heute die Energie der neun der Münzen zu Herzen, indem du dir Zeit nimmst, die Fülle in deinem Leben und die Belohnungen deiner harten Arbeit zu schätzen. Genieße die einfachen Freuden und finde Freude im gegenwärtigen Moment. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Gehängten, indem du die Kontrolle abgibst und dir erlaubst, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Gib jeglichen Widerstand oder die Anhaftung an Ergebnisse auf und vertraue auf den Prozess. Nutze die Qualitäten der Mäßigung, um Gleichgewicht und Harmonie in dir selbst und in deinen Beziehungen zu finden. Suche nach Mäßigung und Geduld, während du durch den Tag gehst. Diese Deutung steht für einen Tag des Überflusses, der Hingabe und der Suche nach dem Gleichgewicht. Lass dich von der Energie der neun der Münzen inspirieren, indem du deine Erfolge feierst und die Früchte deiner Arbeit genießt. Nutze die transformativen Qualitäten des Gehängten, wenn du die Kontrolle abgibst und neue Erkenntnisse gewinnst. Nutze schließlich die Weisheit der Mäßigung, um Gleichgewicht und Harmonie in deinem Leben zu finden. Denke daran, die Fülle in deinem Leben zu schätzen, gib deinen Widerstand gegen Veränderungen auf und strebe nach Ausgewogenheit und Mäßigung in allem, was du tust. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Dankbarkeit, einer neuen Perspektive und einem harmonischen Umgang mit den Herausforderungen und Freuden des Lebens meistern. Untertitelung des ZDF, 2020